Wir machen ja hier alles. Jetzt sind wir gerade an einem Event am Samstag am Vorbereiten, wo sehr spannende VIP-Gäste zu uns kommen und da machen wir ein Viergang-Menü. Wir arbeiten natürlich von national überall in der Schweiz bis international. Wir waren schon in den Kap Verden, in Österreich, in Deutschland, überall, in Paris. Es ist einfach die Abwechslung, dass man nicht diese Monotonie hat, sondern dass man einfach jeden Tag neue Leute kennenlernt, neue Arbeiten hat und dass alles immer anders ist. Das ist, glaube ich, das Schönste. Wir haben ein super Team, mega gute Leute. Der Jean-Claude, meine rechte Hand hier in der Küche, eine super Hilfe, der Daniel, der Alvar, der jetzt da ist, unser Lehrling. Ich habe eigentlich jeden Tag das Ziel, einfach, dass ich jeden Tag mein Bestes gebe und das Beste abliefert und dass wir das natürlich in die Welt raustragen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.